Die Spieber-Rue ist sehr einfach. Vier Mann gehen raus und der schnellste Mann gewinnt. Wir haben geschleunigt von 0 auf 100, gleich wie die Formel 1 auf Sand. Wir haben natürlich auch gar keine Bremsen. Wir haben keine vordere Bremse, keine hinterer Bremse. Mein Ziel ist es Weltmeister zu werden. Das ist unser deutscher Speedway-Meister. Martin Smolinski! Smolinski hat Flügel seit kurzem. Er ist über sich hinausgewachsen und ich denke mal, das wird ganz schön schwer, so einen Mann schlagen zu können. Um Weltmeister zu sein ist der Speedway, er hat das Potenzial zu sein, absolut. Ein guter Mann zu haben und er ist auch ein guter Charakter. Ich denke, er ist gut für die deutsche Speedway, das ist sicher. Das erste Mal, ich ging zum Speedway, war 1973. Das erste Mal, ich ging zum Speedway, war 1973. Jeder fährt für Fußball, Eis, Hockey oder so, aber ich ging zum Speedway. Ich liebe es von Anfang an. Ich gewinne auch viele Veranstaltungen hier in der Werkstatt, weil mein Material einfach durch meine Mechaniker, durch mein Team sehr gut vorbereitet werden. Ich bin sehr stolz, dass ich für Martin gearbeitet habe. Und ich bin mit ihm auf den Bikes. Ich bin jetzt ein bisschen im Stress. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar zwei Motoren kaputtgefahren. Ich muss jetzt zur Mechaniker. Aber das ist ein bisschen. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen, ist esаша. Ich bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen, Ja, ich bin jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt ein bisschen. Das ist der Rückseite und der andere Seite des Speedway. Das ist der Speedway-Leib, jetzt ist der Speedway-Leib. 1 Hit 1 Minute, a lot of stuff can happen in 1 Minute, on the track.